zwei pümpel an einer scheibe war mit autoscheiben öffnen so leute hier ist der pümpel und jetzt testen das mit einem alten auto deswegen kein stress ok leute also immer mal runter versuchen machen wir einfach mal erstmal versuch ich muss auch echt aufpassen beim draufhauen weil das ist ja dass du die scheibe einschlägt ja genau aber wenn ich jetzt hier runter ziehe was bewegt ah nee so der pümpel der sich bewegt ich dachte gerade echt die scheibe bewegt sich mit runter aber vielleicht weil ja noch so dreckig ich sollte so kurz einmal nass drüberwischen das können sein doch die gehen noch mal weg wirklich glatt sein oder jetzt ist es fest ok leute moment der wahrheit jul und jetzt aufmachen leider nicht